. BR 2018 Hallo, Leute. Ich bin heute in einem richtig coolen Rettungswagen unterwegs. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum der kein Blaulicht hat. Ja, ich bin nämlich in einem Fahrzeug der Tierrettung. Die haben weder Blaulicht noch Martinshorn. Aber die Tierärzte sind trotzdem rund um die Uhr im Einsatz. Wenn sie angerufen werden, muss alles ziemlich schnell gehen. Ich schau mir das heute mal genauer an. Vorher gibt es noch die Quizfrage. Was solltet ihr tun, wenn ihr ein Igel-Junges findet? Antwort A. Einpacken und mit nach Hause nehmen. Oder Antwort B. Ein Tierschutzverein oder die Tierrettung anrufen. Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung. Aber jetzt habe ich erst mal ein paar tierische Infos für euch. Die Tierrettung ist zur Stelle, wenn sich Tiere verletzen oder schwer krank sind. Hier arbeiten ausgebildete Tierärztinnen und Ärzte. Sie sind ständig unterwegs und kommen zu ihren Patienten nach Hause, wenn sie in Not sind. Aber nicht nur Haustiere wie Hunde, Katzen oder Hamster werden von ihnen behandelt. Sie kümmern sich auch um verletzte Wildtiere wie Turmfalken, Tauben oder Maulwürfe. Manchmal werden die Tiere mit dem Rettungswagen in eine Tierklinik gebracht. Anderen können sie vor Ort helfen. Heute besuche ich Tierärztin Julia und ihre Assistentin Viola von der Tierrettung München. Hallo. Hi. Hi, Julia. Hi, Viola. Ihr seid hier schon mitten dabei. Ich freu mich total, dass ich euch heute mal begleiten darf. Ich bin schon sehr gespannt, was alles passiert. Heute ist Sonntag, da arbeiten viele Leute nicht. Aber die Tiere suchen sich nicht aus, wann sie sich verletzen oder krank sind. D.h., ihr seid auch immer in Bereitschaft, oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, wir sind immer hier, 24-7, und auch an Weihnachten. D.h., wenn es meinem Tier schlecht geht, ist auf euch Verlass. Genau. Das ist gut zu wissen. Habt ihr denn auch hier in der Praxis Tiere? Ja, ab und zu haben wir Wildtiere hier, die Hilfe brauchen. Gerade heute hätten wir zwei kleine Igelbabys da, die ich jetzt auch noch päppeln muss. Oh, Igeljunge. Darf ich euch da ein bisschen über die Schulter gucken und vielleicht sogar helfen? Na klar. Die zwei Igeljungen wurden verlassen in einem Garten gefunden. Das kannst du weg tun. Die kühlen ganz schnell aus, diese kleinen. Wären sie nicht zur Tierrettung gebracht worden, hätten sie sicher nicht überlebt. Oh Gott, ist das niedlich. Wie alt ist der ungefähr? Der ist knappe drei Wochen alt, ca. Der ist auf Futtersuche. Der weiß schon, dass er gleich was kriegt. So 88 Gramm, dann hat er ein bisschen zugenommen. Das passt mir. Julia versorgt das Igeljunge mit Katzenmilch. Die ist zwar nicht ganz so fettreich wie Muttermilch, aber so hat das Kleine eine Chance zu überleben und kann später in die Freiheit entlassen werden. Wie oft musst du die füttern? Ziemlich oft, also pro Tag so fünfmal und nachts dann auch zweimal, also so alle drei Stunden ca. Boah, da bist du aber beschäftigt. So eine Igelmama halt auch, ne? Was macht man denn am besten, wenn man so ein Igeljunges irgendwo findet? Also als erstes mal nicht unbedingt gleich anfassen, weil das sind auch Säugetiere und die Mutter nimmt sie eventuell nicht wieder an, wenn das nach Mensch riecht. Deswegen erst mal schauen, ist da irgendwo die Mutter, die ich bloß gerade nicht gesehen habe. Und auch mal wirklich eine halbe Stunde abwarten, ob die dann noch wieder kommt. Das heißt, nicht selber mitnehmen, sondern dem Profi überlassen, auch wenn die natürlich furchtbar süß aussehen und man sie wahrscheinlich am liebsten zu Hause hätte. Genau. So, sind wir satt. Das Geschwisterchen aber noch nicht. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren, ihn zu füttern? Natürlich. Da helfe ich doch gerne. Julia hat die Kleinen farbig markiert. So kann man sie gut unterscheiden. Ja, das ist gar nicht so einfach. Doch dann klappt's auch bei mir. Dann kann er zurück und wieder weiter schlafen. Und dann bis in drei Stunden, oder? Genau. Jetzt geht es los auf einen Einsatz. Julia und Viola müssen zu einem Hundenotfall. Warum bist du denn überhaupt Tierärztin geworden? Ähm, das wollte ich irgendwie schon immer machen. Das war schon klar, als ich sechs Jahre alt war. Ich habe auch schon in der Grundschule ein Praktikum meinem Tierarzt gemacht. Und da wusste ich einfach schon, was ist es genau. Am Einsatzort angekommen, will Tierärztin Julia alles Wichtige vom Herrchen wissen. Die Hündin Bella hat Schmerzen wegen einer entzündeten Gebärmutter. Ihr Zustand hat sich heute dramatisch verschlechtert. Julia, wie ist dein Eindruck von der Kleinen? Die ist nicht so gut beinahnt, oder? Sie ist total schlapp. Man könnte auch apathisch sagen. Also ihr geht's definitiv nicht so gut. Ich muss einfach noch mal genau untersuchen, ob ihr Kreislauf noch stabil ist oder ob ich ihr da noch irgendwie mit einer Infusion helfen muss. Vorsichtig tastet Julia die Hündin ab. Ihr seht schon, die Julia und die Viola, die beruhigen die kleine Hündin auch ganz viel und streicheln sie. Es gehört eben doch ein bisschen mehr zum Tierarzt und Tierärztin sein dazu, als einfach nur das Wissen zu haben. Man muss auch echt einfühlsam mit den Tieren sein. Ich glaube, das tut ihr auch echt gut. Normalerweise sollte so eine Hautfalte sofort verstreichen und dass sie jetzt immer noch zu sehen ist, zeigt mir, dass sie zu wenig Flüssigkeit im Körper hat. Das heißt, Bella braucht eine Infusion mit Flüssigkeit und Nährstoffen. Und sie bekommt Medikamente gegen die Entzündung. Das Schlimmste hat sich schon geschafft. Der Piks ist drin und die Medikamente sind auch drin. Ich gehe davon aus, dass sie wirklich eine hochgradig entzündete Gebärmutter hat. Ich weiß nicht, ob das nur mit Medikamenten wieder gut werden kann. Die Tierrettung ist nur für die erste Hilfe zuständig. Sollte es bei Bella nicht besser werden, muss sie in die Tierklinik. Tschüss, gute Besserung. Bald geht's dir wieder gut, Bella. Tschüss, danke. Die Bella darf jetzt zurück nach Hause. Hoffentlich geht's ihr bald besser. Ich drücke ihr auf jeden Fall alle Daumen, die ich hab. Hier wird jetzt für den nächsten Hund oder für das nächste Tier gereinigt. Wir machen uns vielleicht schon gleich auf den Weg zum nächsten Patienten. Kurze Zeit später sind wir wieder unterwegs. Bei der Tierrettung ist ein neuer Notfall eingegangen. Nächster Einsatz. Jetzt wird's ziemlich aufregend. Denn hier geht's um eine Katzenmama, die es nicht so gut geht. Die hat vor fünf Tagen Katzenbabys bekommen. Es sollen sechs kleine Kitten sein. Und anscheinend geht's da zwei auch nicht so gut. Mal gucken. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Los geht's. Hallo, die Tierrettung. Hallo, grüß dich. Hallo. Die Besitzerin macht sich Sorgen. Vor allem, weil die Mutterkatze nicht mehr fressen will. Aber sie reagiert friedlich auf die Tierärztin. Deshalb will Julia sie jetzt genauer untersuchen. Ich würde mal versuchen, die Schuhe auszuziehen und da reinzugehen. Wir müssen jetzt ganz leise und behutsam vorgehen, weil die Mutter einfach sehr gestresst ist und natürlich eigentlich nicht will, dass jemand Fremdes an ihre Babys rangeht. Deswegen halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück. Aber die Julia macht das ganz toll und ist ganz einfühlsam und vorsichtig. Julia kontrolliert, ob die Zitzen der Katzenmama geschwollen oder entzündet sind. Das kommt öfter mal vor und dann kann sie keine Milch mehr geben. Weich, nicht vermehrt warm, scheint nicht schmerzhaft zu sein. Jetzt prüft die Tierretterin die Temperatur, wenn die Katze sie lässt. Darf ich da einmal hinschauen? Sie redet richtig mit dir, gell? 39,2 ist ein wenig bisschen hoch, aber für eine Katze, die noch säugt im Rahmen. Ich denke erst mal, die Mutter braucht keine Behandlung. Fressen wollte die Katze auch nicht. Ob sie jetzt was runterkriegt, obwohl wir da sind? Assistentin Viola probiert es mit einem Leckerli. Und? Ha, es klappt. Sie ist wählerisch. Sie will vielleicht ihre Kitten nicht alleine lassen und rausgehen zum Fressen. Sie sollten ihr mehrfach am Tag so was hinhalten, ja? Jetzt kümmert sich Julia noch um die Katzenbabys. Zwei von ihnen sind schwach und wollen nicht trinken. Was wir auf jeden Fall auch immer probieren sollten, ist, den kleinen, schwachen die Zitze zu zeigen. So, ganz hin und dann die anderen auch weghalten, dass er Zeit hat. Sie zeigt dem Katzenbaby ganz genau, wo Mamas Zitze ist. Jetzt hat er sie. Nur eines der Katzenbabys macht Julia immer noch Sorgen. Das Baby will immer noch nicht trinken. Schauen Sie mal, jetzt kackt der. Das ist aber gut. Warum ist das gut, wenn der jetzt kackt? Weil der eigentlich noch nicht selbstständig Kot absetzen kann. Und da ist es einfach anfangs wichtig, dass Bewegung in den Darm reinkommt. Aber auf jeden Fall, wenn der Kot abgesetzt hat, dann kommt auch Hunger. Okay, alles. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die kleine Katze. Julia gibt dem Kleinen eine Infusion, damit er genug Kraft hat, wieder selbst zu trinken. Mehr können die Tierretterinnen im Moment nicht tun. Aber noch ist ihre Schicht nicht zu Ende. Dann wieder zurück zur Station und mal schauen, was als nächstes passiert. Bei euch bleibt es ja immer spannend. Und siehe da, der nächste Patient steht schon vor der Tür. Hallo. Diese Hundebesitzer wohnen nebenan. Deshalb dürfen sie ausnahmsweise in die Station kommen. Alles gut? Nicht so, ne? Hündin Gina hat starke Schmerzen. So stark, dass sie nicht mehr laufen kann. Das linke Hinterbein, das scheint eher weh zu tun. Das will sie gar nicht aufsetzen, oder? Genau, auf jeden Fall. Erzählen Sie noch mal, seit wann das jetzt so ist? Vielleicht eine Stunde. Eine Stunde. Ich war mit ihr Gassi. Und seitdem wirklich, nach dem Spaziergang? Und zum Spaziergang, vor mir hat es zum Hüpfen angefangen. Okay. Haben Sie geschaut, ob sich vielleicht irgendwas eingetreten hat? Ich habe geschaut, habe ich aber nichts gesehen. Okay. Die Tiere können der Tierärztin natürlich nicht sagen, was ihnen fehlt. Doch meistens können die Tierhalter und Halterinnen weiterhelfen. Sie haben gesagt, dass sie auch Probleme mit der Wirbelsäule ein bisschen hat. Dann taste ich die auch einmal durch. Immer schön schauen, ob sie zeigt, dass sie Schmerzen hat. Dann schlappen die sich so. Ja, da scheint es eher unangenehm zu sein. Okay, das merkt man eindeutig. Oh, je. Toll gemacht. Toll gemacht, Maus. Ist alles gut. Ist alles gut. Ich störe dich da nicht weiter. Das ist ein Straßenhund und hat ganz früher scheinbar mal auf dem Rücken mit einem Stecken was draufgekriegt. Und da ist halt irgendwas geblieben. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Okay, verstehe. Das Wetter ist ziemlich kalt heute und sehr nass. Es kann auch mal sein, dass sie darauf reagiert und mehr Schmerzen als sonst hat. Und vielleicht beim Spazierengehen mal eine falsche Bewegung gemacht, irgendwo eine Treppenstufe runter passiert. Gina bekommt noch ein Schmerzmittel. Und jetzt schön ablenken und kraulen. Ja, Maus. Da sind wir schon drin. Super, super. Toll. Toll. Nach der Spritze geht es Gina schon viel besser. In die Tierklinik muss sie nicht. Also wenn die Tierärztin so optimistisch ist, da kann man ja nur mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, oder? Dann wünsche ich dir noch gute Besserung. Hoffentlich kannst du bald wieder rumspringen. Danke schön. Tschüss. Tschüss, wiedersehen. Wiedersehen. Unsere Schicht ist jetzt zu Ende, aber hier hat noch jemand Hunger. Die kleinen Igelchen. Und da fällt mir auch gleich noch die Quizfrage ein, die wir noch auflösen müssen. Was solltet ihr tun, wenn ihr ein Igel-Junges findet? Antwort A. Einpacken und mit nach Hause nehmen. Oder Antwort B. Eine Tierschutzorganisation oder die Tierrettung anrufen. Julia, du weißt es bestimmt, oder? Genau, das ist die Antwort B. Lieber erstmal beim Tierarzt oder bei einer Tierschutzorganisation nachfragen, was man machen sollte. Die können einfach die Situation am besten einschätzen. Die können euch auf jeden Fall immer gut beraten, wenn ihr da anruft. Ganz genau. Ich hoffe, dass sich alle daran halten. Auch wenn ich zugeben muss, der ist so süß, den will man natürlich am liebsten zu Hause haben. Aber im Endeffekt geht es ja darum, was ist für das Tier das Richtige. Und da kann einfach eine Tierschutzorganisation oder eine Tierrettung besser helfen als wir zu Hause. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.